Hallo mein Name ist Georg. Ich bin Jennifer. Ich studiere momentan im ersten Master Semester International Management und habe auch bereits meinen Bachelor in Business Flow an der ESM in Dortmund gemacht. Ich studiere im ersten Master Semester International Management an der ESM in Dortmund und habe auch meinen Bachelor hier gemacht in Global Brand and Fashion Management. Besonders gut an der ESM gefällt mir die angenehme Lernatmosphäre und der praxisnahe Bezug der Vorlesungen. Ich habe immer Spaß in die Uni zu gehen, weil ich ganz genau weiß, dass interessante Diskussionen zwischen Kommilitonen oder zwischen den Dozenten entstehen. Während meines Bachelorstudiums haben wir schon diverse Exkursionen gemacht, die uns geholfen haben in das Daily Business eines Unternehmens einzutauchen und hat uns Einblicke ermöglicht, die man so als normale Student vielleicht nicht bekommen würde. Nach der Uni treffe ich mich super gerne mit meinen Kommilitonen. Wir besprechen alle Aufgaben oder wenn wir irgendwas nicht verstehen, dann helfen wir uns gegenseitig und ich kann von mir persönlich behaupten, dass dicke Freundschaften entstanden sind durch die ESM. Darüber hinaus war mir wichtig, die Internationalität bzw. der internationale Kontext der ESM, sei es durch Auslandssemester oder Auslandspraktika. Mein Auslandspraktikum habe ich beispielsweise in Dubai gemacht, mein Auslandssemester habe ich in Malaga verbracht, viele neue Leute kennengelernt, eine super Erfahrung gehabt, konnte in die Kultur des Landes eintauchen und war einfach eine tolle Erfahrung. Falls man Probleme hat, kann man immer ins International Office gehen, zum Beispiel bezüglich des Aufwandthaltes. Ich konnte mich anfangs nicht entscheiden, wohin die Reise geht und ja, das International Office hat mir sehr, sehr geholfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.